Hallo Internet, hier ist euer Shitskater Alex. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Und zwar gibt es jetzt T-Shirts von mir zu kaufen. Wow! 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 Ja, ihr könnt jetzt Shitskater T-Shirts kaufen. Dann habe ich einmal hier das Design. Gebrochenes Deck mit Shitskater Text. Und dann habe ich noch ein Kameradesign, wo U30SFTI draufsteht. Das ist mein Camcorder, den habe ich selbst gemalt. Und die Schrift schön wackelig, genau wie meine Ollis. Also die T-Shirts könnt ihr zum Beispiel in weiß bestellen. Weiß, schön klassisch. Sieht gut aus. Guck mal hier, passt gut zu meiner Haut. Oder wenn man ein krasser Mexikaner Gangster ist, sieht das auch super aus. Oder ihr holt euch eins in schwarz. Auch nicht schlecht. Schwarz passt zum Beispiel, wenn ihr mal einen schlechten Tag hattet beim Skaten. Die Tricks haben nicht so geklappt. Und ihr seid ein bisschen schlecht drauf. Dann unterstreicht das so ein bisschen eure Melancholie. Das passt dann schon ganz gut. Könnte ich dann also die ganze Zeit tragen. So, Preis für so ein Shirt ist 15 Euro. Das ist ja wie geschenkt. Ich denke, das ist fair. Ich mache die daheim selbst in meinem Shitskater Büro. Wenn euch interessiert, wie ich die T-Shirts mache, kann ich auch gerne mal ein Video dazu drehen. Leute, Leute, letztens war ich im Trier auf dem Festival. Da hatte ich hier das weiße T-Shirt an. Und was soll ich sagen? Ich komme umsonst rein. So krass ist das. So Leute, jetzt ist die Arbeit erledigt. Jetzt skate ich mal in Ruhe richtig weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch ein T-Shirt bestellen würden. Ich freue mich über jede Bestellung. Und bis zum nächsten Mal. Euer Shitskater Alex. Tschüss. Wow. Wow. Vielen Dank.